Ich grüße Sie. Ziel meiner Ausführungen ist es zu zeigen, wie die Digitalisierung der Lehre mehr Fahrt aufnehmen kann als bisher. Schaut man sich den gegenwärtigen Stand der Digitalisierung der Lehre an, muss man fast schon resignierend feststellen, dass im Verhältnis zu den Möglichkeiten in den vergangenen fast 20 Jahren viel zu wenig geschehen ist. Frontalunterricht in PowerPoint durchfluteten Hörsälen, von den Nutzern ungeliebte sogenannte Lernplattformen, dazu Kommunikationsmethoden, die auf E-Mail und Dokumentversand setzen und das alles trotz kostspieliger und über viele Jahre gehender Förderprogramme. Dabei sieht der digitale studentische Alltag doch ganz anders aus. Lernen über die vielen Optionen im Internet, ohne spezielle Plattform, aber im höchsten Maße vernetzt und nahezu die gesamte Kommunikation und Kollaboration läuft über die sozialen Netzwerke. Bezogen auf die Stufen der Digitalisierung befindet sich die heutige digitale Lehre maximal auf einer Anreicherungsstufe, von der viele fälschlicherweise meinen, dass dies das Ziel der Digitalisierung der Lehre sei, obwohl mittlerweile klar ist, dass so keine signifikanten Mehrwerte entstehen. Ziel ist eine vollständige Integration digitaler Medien, sodass mit neuen Lehr- und Lernkonzepten alte Probleme gelöst und entscheidende Mehrwerte generiert werden können. Und dass ein derartiges Modell nicht Zukunftsmusik sein muss, sollte klar sein, die Infrastrukturen, WLAN, Hardwareausstattung, sogar Videostudios stehen, die sind vorhanden. Die Mediennutzung durch die Studierenden? Zumindest im Alltag? Kein Problem. Und durch immer bessere offene Bildungsmaterialien wird die Erstellung digitaler Lerneinheiten immer einfacher. Tja, und die Mehrwerte? Die werden ja seit Jahren deutlich gemacht. Doch woher bekommen wir die notwendige Unterstützung? Nun, die Lehrenden scheiden fast komplett aus. Bis auf wenige Macher ist die große Mehrheit den Nichtmachern zuzuordnen. Viele wollen die Digitalisierung der Lehre aktiv verhindern oder hoffen durch Ignoranz darauf, dass der Kelch der Digitalisierung irgendwie an ihnen vorübergeht. Tja, und die Institutionen haben bisher mit gut gemeinten Fördermaßnahmen eher auf Evolution gesetzt mit den bekannten Ergebnissen. Doch was ist eigentlich mit den Studierenden? Von sich aus haben sie bisher keine integrativen digitalen Lehrmodelle eingefordert. Doch gerade sie als größte Gruppe sollten wir zu neuen Treibern machen. Ziel ist es dabei, zunächst ihre digitale Alltagswirklichkeit in der Lehre nicht halbherzig, sondern vollständig zu respektieren, sodass endlich die Abstimmung mit den Füßen kommt. Und das schaffen wir aus meiner Sicht mit neuen Lehr- und Lehr- und Lernparadigmen, mit echten und wirksamen Bring-your-own-Device-Konzepten, mit neuen Kursformaten, die den studentischen Alltag verbessern und mit offenen Bildungsmaterialien. Aber wie gesagt, nicht halbherzig, sondern durch eine Art Zerstörung mit anschließender Neukonstruktion. In meiner Lehre ist das heute schon so. Das Lernen ist komplett kontrolliert selbstgesteuert, die Inhaltsvertiefung gestaltet sich als intensiver, moderierter Austausch und der Lehrer wird zum Lernbegleiter und Teil des Lernprozesses. Und der klassische Hörsaal wird zu einem kooperativen Lernort, bei dem mobile Endgeräte selbstverständliche Hilfsmittel sind. So sieht das dann bei mir in einem ganz normalen Seminar aus. Und beim Prüfen, natürlich elektronisch, ist das Bring-your-own-Device-Konzept ebenso selbstverständlich. Denn reine Wissenstests mit den bekannten Choice-Formaten spielen nur als formative Mastery-Tests in Inverted-Classroom-Modellen vor der Vertiefungsphase eine Rolle. In summativen elektronischen Klausuren dagegen werden Kompetenzen abgeprüft. Und die Nutzung des Internet ist dabei natürlich erlaubt. Bring-your-own-Device total also. Ja und mit neuen Kursformaten, wie speziellen On-Campus-Online-Kursen, 2-in-1-Formaten oder FLOC-Formaten verbessern wir, wie in verschiedenen Videos beschrieben, die Studierbarkeit von Kursen, Modulen und Studiengängen. Schauen wir uns das einmal stellvertretend anhand des FLOC-Konzepts an. Bisher waren alle Lehrveranstaltungen so aufgebaut, dass sie sich eng am Wochenrhythmus der Semester orientierten. In der Regel eine Lerneinheit pro Woche. Also bei 15 Semesterwochen 15 inhaltsvermittelnde Lerneinheiten. Immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort. In einem nach der Integrationsstufe digitalisierten Lernformat sind die Lerneinheiten nun aber zeitlich und räumlich nicht mehr gebunden. Warum bieten wir dann nicht einen 5-Tages- oder gar einen 3-Tages-Takt an? Also einen neuen Rhythmus für die Abfolge der einzelnen Lerneinheiten. In Kursen, die mit einer Prüfung abgeschlossen werden, können wir so den Studierenden ermöglichen, ihre Prüfungen nach den neuen Takten vorzuziehen, und damit den Prüfungsdruck am Semesterende zu entzerren. Ein signifikanter Mehrwert in Punkto Studierbarkeit, der ohne Digitalisierung unmöglich wäre. Durch diese konstruktiv-disruptiven Konzepte erkennen die Studierenden die Mehrwerte und fordern sie ein. Und so erwächst aus einer langwierigen Evolution über eine Abstimmung mit den Füßen eine neue Treibergruppe. Und dass es diese neue Treibergruppe bereits gibt, zeigt dieser Auszug aus dem Strategiepapier des Studierendenparlaments der Uni Breyreuth. Es ist zwar nur eine Seite, aber es ist ein erster Schritt. Daher plädiere ich im Kontext der Hochschullehre für klare Bekenntnisse der Institutionen zu den neuen Paradigmen und Konzepten, für eine flexible Anerkennungspraxis digitaler Lernangebote und für eine Unterstützung der Macher, damit ihr Know-how in die Breite gelangt. Und da in der Lehrerbildung, in der ich seit Jahrzehnten tätig bin, so vieles im Argen liegt, gestatten Sie mir auch hier drei konkrete Vorschläge. Der erste spricht sich klar für Pflichtmodule in der universitären Lehrerbildung aus. Hier ein Vorschlag aus meinem Bundesland aus dem Jahr 2004, den wir in der Marburger Anglistik, leider als Einzige, seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt haben. Das endnotenrelevante Pflichtmodul New Media in Foreign Language Teaching wird von den Studierenden hervorragend angenommen und bildet seit vielen Jahren einen wichtigen Eckpfeiler in unserer Lehrerausbildung. So sollte es in allen Fächern sein. Und um die Lehrkräfte in der zweiten und dritten Phase ihrer Ausbildung flächendeckend weiterbilden zu können, benötigen wir Online-Angebote wie unser virtuelles Zentrum für Lehrerbildung oder MOOCs wie Schule 4.0. Denn nur mit Präsenzkursen werden wir das nicht schaffen. Dazu sind die Defizite und die Zahl der Aus- bzw. Nachzubildenden viel zu groß. Tja, und die klaren Bekenntnisse zu Bring-Your-Own-Device und Open Educational Resources sind auch im schulischen Kontext dringend erforderlich. Mit den Lernenden als Treiber und davon bin ich überzeugt und den genannten Maßnahmen wird die Digitalisierung den benötigten Schwung kommen und sich mit höherem Tempo ausbreiten als bisher. Da bin ich mir absolut sicher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.